Ich weiß, auch wenn's schwerfällt, aber erstmal tief durchatmen. Zwei Brüder, zwei Jobs, ein neuer Krimi. Mach einfach nichts. Ich fang ihn dir. Andreas, mach gar nichts. Du darfst nicht nur mit mir reden. Die beiden sollten sie kennenlernen. Wow. Samstags Krimi. Jederzeit verdächtig spannend. Schwarz und Schwarz. Samstag, 20.15 Uhr. Neu im ZDF. Wie fing das hin?